jo leute was geht ab ich bin simi wieder auf meinem kanal heute machen wir eine neue haushaltung und zwar platzieren gummi enten in rettelro pläsenpark und believa fisch ja was auch immer erster ort zweiter ort wir müssen drei enten platzieren sagen sie uns gleich in eine runde ist gleich ja leute der erste ort ist auf der karte ganz genau hier bei pläsenpark bei der tankstelle ganz genau hier wo man benzin halt rein gießt das auto es bringt dann sehr viel also hier ist die erste kommentar interagieren ja also drei kommen wir direkt zu dem zweiten ort leute der zweite ort ist auf jeden fall bei sweety sands ganz genau hier bei diesen pool genau hier hier findet ihr auf jeden fall die zweite gummi ente da leuchtet die auf jeden fall dann wir einfach mal kurz hin sagt jetzt die zweite gummi ente einfach mal interagieren und kommen wir zwei von drei kommen direkt zu den dritten ort bis gleich leute der dritte ort ist auf der karte ganz genau hier bei rettelro auf der karte ganz genau hier bei dem basketplatz welt und zwar die gummi ente hier einfach mal interagieren dann habt ihr drei von drei und habt ihr auch schon abgeschlossen ich hoffe dass ihr dadurch geholfen gefallen lasst gerne ein like da abonniert gerne meinen kanal lasst gelockt tief dass keine videos mehr verpasst und ich würde einfach sagen das war's schon mit dem video und tschau auf drei bis zum nächsten mal leute tschüss tschüss so